Hallo, ich bin Monika Junghähnl, ich arbeite bei der Gärtnerei Massetti aus Riedlingen. Ich bin hier seit dem Anfang dabei auf dem Wochenmarkt in Zwiefalde. Wir haben Blumen, Gemüse, auch wertiges Gemüse, Pflanzen, Setzlinge und ich finde hier in Zwiefalde im Wochenmarkt super, dass der schön klein und kompakt ist. Ihr seid bestimmt noch auf andere Wochenmarkten. Ja, wir sind auf dem Wochenmarkt in Bad Bochau, dienstags, freitags in Riedlingen und samstags in Wangen im Albreu.